habe ich leider nicht sein wenn dann nur hier ihren fahrt vorbei was soll ich machen auf der gerade jetzt kriegt ein strafen weil ich nicht vorbeilassen ja komm vorbei es ist mir klar dass ich jetzt strafe krieg wenn ich auf der gerade nicht vorbeilassen ja jetzt konnte nämlich der andere auf der platz ziehen ja ich bin ja mal zehnte so ein scheiß mit dem überrummen es ist richtig das ist richtig kümmern ins gesicht es regt mich auf das macht keinen spaß mehr was schon wieder ein vorbeilassen ich habe mich auch wenn ich aus dem punkt noch raus hier ich kann nur sagen sorry für die fucking performance ich bin halt im fucking boogie aber ich probier's Leute ich probier's einfach ihr seht ihr seid ihr dabei ihr seht ihr was passiert ich jeden tag entschuldigen muss für die scheiß performance weil es pisst und regnet hier ich bin nicht dafür geeignet das spiel zu streamen wisst ihr noch als ich erzählt habe vor einigen wochen ich habe angst dass ich wenn ich das streame dass ich überhaupt nicht konzentrieren kann und das ist echt so schwierig schwierig aber ich werde schon noch üben das ist meine challenge für 2014 2015 formel 1 zu fahren perfekte zu fahren und während des nicht hinzuschauen alles klar loki bis gleich 1 kaputt macht ihr was was leckeres zum essen hier ich gebe nicht viel gas ohne scheiß diese anzeige da unten ist auch nicht analog das haben sie immer noch nicht geschafft im letzten formel 1 teilen das sind nur drei solenten die leuchten müsste nun mal bei jeder umdrehung halt leuchten ja hat es spannt die alles hat alles realistisch Schadensmodell Reifenmodell Sprit was du schneller langsamer fährst mit mehr Sprit mit weniger Sprit mit verschiedenen Reifen also alles wenn sie mal fragen ich bin noch da das ist schön bist du schon innerlich am lachen hier das ist ja Hamilton ist ja gleich im ziel das ist ja eigentlich nur mehrere also der war öfters da aber mehrmals nicht hier ja genau siehst du sind auch anders hier vom Verhältnis muss man dann aufpassen aufpassen du das weiß ich selbst nicht mehr das Passwort bei mir ist es ja egal ich brauch sie nicht du kannst auf Benzin gemisch rein gehen wenn du möchtest wähl das Wintergemisch ok damit ich noch mehr rutsche dann ist mein Poweringenieur und sagt passt das Smaug grüßt die schön dass du da bist hängst du eigentlich jetzt zu Hause rum wegen deiner Verletzung schon oder? warst du noch bei Untersuchungen? hat MRT irgendwas ergeben? ja mehrere ist da aber mehrere 99 das fragen sie uns ja da machen wir Sorgen machen wir Sorgen machen wir uns Sorgen ja unser qualifert Platz ist es nicht ne? aber hey erstes Rennen heute passt schon jetzt heißt es neue Strecke lernen mir die Kurven aneignen mir die Gänge versuchen zu merken jeder Kurve und so weiter Schöne Leistung Hata von den Punkten vorbei und der sagt schöne Leistung der andere wird durch hier also was ihr habt denn gewonnen hier? wie immer Hamilton Nico Zweiter Vettel Alonso Dicchiado Massa Höckenberg Magnussen Botton Bottas ich auf elf Vern Gutierrez Maldonado Groschen Sutil Pérez Obayashi Bianchi Ericsson und der Chilton als letzte Naja haben wir erst 18 Punkte insgesamt aber wenn wir so gut fahren in der nächsten Saison können wir dann bestimmt für tolle Rosse fahren oder Malusia wer weiß die Woche noch krank ich bin ja nichts rausgekommen am Daumen noch gestaucht innerlicher Bluterguss oh das kenne ich von meinen von meinen Füßen mit innerlicher Bluterguss ja also Kimi freu dich wir haben es gut gemacht in der nächsten Strecken machen wir es noch schlimmer so was ist was ist denn die nächste Strecke überhaupt Au meine Arsche Au vom Sitzen hier wieder gestern schon hier ich hatte gestern vollen Nackenschmerzen hier Entschuldung haben wir wehgetan von dem Racing hier aber passt meine geht's und nee silent habe ich nicht habe ich vorhin schon rausgehauen jetzt habe ich keine mehr so ist egal E-Mails und sowas ist ja Blödsinn habe ich nicht überlesen habe ich dir erst jetzt geantwortet so wo österreich ist der ganz neue strecke bin ich ja kenne ich ja überhaupt nicht kenne ich ja überhaupt nicht noch nie irgendwas damit zu tun gehabt toll ja silent sorry so kann es gehen was soll ich sagen sorry dass du nicht bei der verlosen dabei war soll dass du nicht bekommen was soll das investierte geld nicht du bekommen hast passiert halt mal ist halt zufälligerweise ist die kiefer aus mal früher mal später soll ich machen jetzt kannst du anderen wagen nicht mal die bremschläuche durchschneiden wird das sonst nicht zum ersten platz muss nicht erster platz werden regen wahrscheinlichkeit 90 prozent nichts nichts im rennen im kohle fein auch 44 prozent 70 prozent eben hier steht 90 und hier steht 70 also moment regenwahrscheinlichkeit im t ist training 70 prozent nicht daraus geschickt 90 juli regen weiß nicht jo wäre nicht schlecht mehrere ich weiß mal gestreckt überhaupt kennenzulernen sie in f&e ich weiß gar nicht hatte viele kurven hat die enge kurven lange geraden ich kenne ich bin noch nie spielwerk gefahren ich fahr mal standard so muss er den f&e ziel erreichen moment auf jeden fall mal für die ersten runden ideal den jahren machen also bin noch nie ich kenne die strecke normal ich habe auch das rennen verpasst und echt verwende kein drs sonst ist es jetzt nicht aussagekräftig verwende kein drs ok kein problem ich weiß das ist irgendwie zu wichtig ok zielgerade schau mal erste kurve sieht ein bisschen so aus wie spar hier die erste kurve die wird jeweils verengert jetzt geht es auch berg hoch hier aber spar oder was danke schon oder wie aber nicht so plass hoch hier ja aber nur teil 1 und teil 2 und autosportgriff sonst noch keine wieso wackelt das denn so hin ja vor die unebenheit ist die nicht neu ach wir haben hier ein neues heckteil für den gedraht hat er ja gesagt oh wie das wackelt ist das jetzt wegen einem heckteil wow wieso zieht das auto so oder rammt da auch nicht genau das ist wie der pullstrecke genau das ist wie der pullstrecke ja wow achso ich glaub der lamp ist echt hinter mir das ist die ok ok also mal merken erste kurve im dritten sprich 4 mal schalten vom so gut also rechts dritt 3 ok dann einfach vollgas hier durchziehen und dann 2 5 mal schalten vom so gut erste 3 rechts zweite also für mich jetzt zweite sollte die vierte kurve schon noch 2 rechts ist ja fast immer eine lange gerade dann kommende kurve das war's dann oder? seht ihr wie das auto wackelt? seht ihr das wie das wackelt? voll heftig und da bei der versuch 3 4 4 das 1 2 1 2 3 2 1 2 2 weiter habe ich mir sogar noch nicht gemerkt in österreich legen sie auch so viel für deutsche nur nicht 5,4 die sogar am 5. ja das habe ich ja schon letztens gemeint hier wenn ich vier kilogramm rennen abnehmen würde dann wäre das echt super das habe ich glaube ich am ersten tag gesagt dass ich formel 1 gefahren bin echt very nice ich muss sagen es ist aber trotzdem körperlich anstrengend auch so schon eine konzentration weil wie gesagt alle hilfen aus und vorstieg ist auch nicht so einfach tschüss aber passt ja gleich als geisterstunde und zertronen muss man wieder weg oder wie hatte man angst sonst sind wir ins bett hier nicht wegen arbeit sondern kleine